Händler verkaufen ihre Ware wie im Jahr 2019, kaufen aber ihre Ware wie im Jahr 1999 und das geht auch besser. Digitale Unternehmer verdienen digitale Finanzpartner und das heißt nicht eine Lösung für Finanzierungsanfragen innerhalb von einer Woche oder einem Monat, sondern am besten innerhalb von 24 Stunden. Und so eine Geschäftsbeziehung braucht aus meiner Sicht nicht fünf Meetings, bei denen man sich erstmal näher kommt, sondern es kann auch in fünf Klicks gehen. Und genau hier setzen wir an bei dem Thema Wareneinkauf für Händler, im Speziellen sogar im Asien-Geschäft, wo man immer in Vorleistung gehen muss und das ist halt eine Liquiditätsbelastung, die einen Händler stemmen muss, aber nicht aus dem Eigenkapital. Und genau da kommen wir ins Spiel als Spezialist für Wareneinkaufsfinanzierung und ermöglichen Händlern so mit weniger Kapitalbindung mehr Waren einzukaufen und das freie Budget zum Beispiel ins Marketing zu investieren und dadurch einen Umsatzhub rauszuholen, den sie vorher nicht hätten, weil das ganze Kapital in der Ware drin liegt. Und und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Handel wird immer schneller, ist global vernetzt und ich als Händler muss schnelle Entscheidungen treffen können. Produktlebenszyklen werden immer kürzer und ich brauche eine Finanzierungszusage nicht in zwei Monaten, sondern am besten in 24 Stunden. Wenn ich da wie bisher mit meinem Bankberater oder meiner Beraterin spreche, dann brauche ich erstmal fünf Termine. Dann muss ich mein Geschäftsmodell erklären. Gerade Onlinehandel ist immer noch für Banken relativ fern, was das Geschäftsmodell angeht. Wie funktionieren Marktplätze? Welche Ökonomiefaktoren funktionieren halt im eigenen Onlineshop? Und dafür einen Spezialisten reinholen, der eben diese Abkürzung bringt. Wenige Klicks, ihr könnt sofort starten, ihr könnt eure Waren vorfinanzieren. Das ist halt eine Erleichterung, die für Händler in einer beschleunigten Welt mit globalen Einkaufsmöglichkeiten einfach eine Zeitersparnis ist. Ihr sollt euch ums Verkaufen kümmern und nicht um Meetings, um anderen Leuten zu erklären, wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Also spannend für uns ist halt, dass wir hier eine Einkaufs- und Aktionsmesse haben. Das heißt, hier kommen Händler zusammen, die ihre Waren einkaufen und irgendwie auch finanzieren wollen und da gerade in die Gespräche reingehen, ob man das nur mit einem Eigenkapital machen muss oder ob es da auch interessantere Lösungen gibt. Und da das Eis so zu brechen, das ist halt eine interessante Interaktionsstelle. Da ist noch nicht jeder auf der gleichen Linie wie wir. Das ist aber genau der Dialogstarter, der hier stattfindet. Hier kommen halt Verkäufer und Einkäufer zusammen und für uns als Finanzpartner, der genau diese beiden Gruppen zusammenbringt, ist es eine sehr interessante Veranstaltung und deshalb war es auch eine gute Erfahrung, hier zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.